Zum Abtauchen in der Seine hatten die Olympia-Triathleten in Paris auch am Montag keine Gelegenheit. Ihr Trainingsschwimmen in dem Fluss, der die französische Hauptstadt durchzieht, wurde den zweiten Tag in Folge abgesagt. Nach den heftigen Regenfällen Ende der vergangenen Woche war das Wasser zu verschmutzt und die Fließgeschwindigkeit der Seine zu hoch. Die Organisatoren hoffen dennoch, das für Dienstag angesetzte Rennen der Männer durchführen zu können. Der Pegel der Seine sinkt rapide. Die Wettervorhersage ist, wie Sie wissen, strahlend schön. Vor allem heute soll es heiß werden. Wir sind also zuversichtlich, dass wir den Wettbewerb morgen und am Mittwoch durchführen können, auch wenn wir die Eingewöhnung heute früh abgesagt haben. Und für alle Fälle haben wir immer noch einen Ausweichplan für Freitag. Die endgültige Entscheidung, ob das Schwimmen stattfinden kann, soll auf Basis von Wasserproben um vier Uhr früh am Dienstag fallen, vier Stunden vor dem Start der Männer. Der Wettkampf der Frauen ist für Mittwoch geplant. Über die Wasserqualität der Seine hatte es bereits seit längerem Debatten gegeben. Den Menschen in Paris nach den Sommerspielen einen badetauglichen Fluss zu hinterlassen, gehört zu den versprochenen Zielen der Olympia-Organisatoren. Frankreich hat rund 1,4 Milliarden Euro in eine neue Abwasserinfrastruktur investiert. Die Stadtverwaltung von Paris plant, bis Ende Juni kommenden Jahres drei öffentliche Badestellen am Fluss einzurichten.